So, ähm, das hier ist gerade nur rausgekommen von Hyperbol und ich dachte, das passt perfekt zu uns. Ein, äh, frag einen, äh, psychedelischen Therapeuten. Ich bin ganz gespannt. Mein Name ist Sergio Perez. Ich bin Facharzt für Anästhesie und medizinische Leitung in einer Klinik. Dort behandeln wir Patienten mit psychedelischen Substanzen, wie unter anderem Ketamin. Haben wir mal, glaube ich, bei Tomatolix uns angeschaut, äh, ein alternatives Treatment. Der heißt Sergio Perez, so wie der Fußballspieler. Hallo Sergio. Hallo. Andromeda Minava möchte wissen, wie kamst du dazu, speziell mit Ketamin zu arbeiten? Ketamin ist zurzeit das einzige zugelassene Psychedelikum in Deutschland. Wir kennen das aus der Anästhesie. Das ist ein sogenanntes dissoziatives Anästhetikum. Und in subanästhetischen Mengen kann es psychedelische Erfahrungen erzeugen. Okay, vielleicht lernt man noch was. Zeugen. Das bedeutet, dass... Ich habe gar keine Ahnung bei sowas. Ich kann nur zuhören. Ich bin da so weit weg von einer gebildeten Meinung. Uff. Dass wir... Achso, wie der Formel-1-Fahrer ist Sergio Perez nicht Fußballspieler. Vollkommen richtig. ...heute in Deutschland schon eine Substanz verfügbar haben, mit der wir psychedelische Erfahrungen und somit psychedelische Therapie anbieten können. Die anderen Substanzen, wie MDMA, Psilocybin oder LSD, werden zurzeit geforscht. Unter anderem ist MDMA schon in der Phase 3, kurz vor der Zulassung im USA. Clouds möchte wissen, ist diese Therapieform erlaubt? Alles, was wir in der Ovid-Klinik tun, ist legal. In Deutschland ist es als dissoziatives Anästhetikum zugelassen und als Facharzt mit der richtigen Abwägung der Nützen und Risiken kann man das auch außerhalb dieser Anwendungsgebiete mit sogenannten Off-Label-Use verabreichen, was in Europa aber jedes einzelne Land anders reguliert. Ketamin hat auch eine Zulassung für depressive Erkrankungen, aber nicht als dieses razzimische Gemisch, sondern als S-Ketamin. Eine Art nasale Applikation, das basiert aber nur auf die pharmakologische Wirkung dieser Substanz. Was wir machen, ist ein bisschen anders. Wir verwenden Ketamin als Katalysator von Erfahrungen, von psychedelischen Erfahrungen. Rote Ampel hat sich gefragt. Katalysator von psychedelischen Erfahrungen. Bist du ein studierter Therapeut oder ein Heilpraktiker? Was für eine harte Frage. Fragt, bist du studierter Therapeut oder ein Heilpraktiker? Weder noch. Ich bin Facharzt für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallversorgung und in der Ausbildung zum Psychotherapeuten. Wie jeder Psychiater durch eine Ausbildung der Psychotherapie gehen muss, darf man nach dem Facharzt auch so eine Ausbildung starten. Dementsprechend bin ich gerade mittlerweile schon im dritten Jahr dieser Ausbildung und mache diese Ausbildung in verhaltenstherapeutische Psychotherapie. Aquaman fragt, wie genau sieht eine Therapiesitzung aus? Bei uns geht es erstmal wie bei jeder Praxis durch eine Erstuntersuchung, den Psychiater, dann durch die Erstuntersuchung der Organmediziner. Dann gibt es ein paar Sitzungen, Kennenlernsitzungen mit dem Psychotherapeuten und erst dann geht es zu den Substanzsitzungen. Sogar bevor die Substanzsitzung stattfindet, gibt es eine Art nicht-pharmakologische Form der Induktion veränderte Bewusstseinszustände. Denn es ist nicht nur durch Substanzen möglich, psychedelische Erfahrungen hervorzurufen. Wieso machen wir das? Weil es sehr wichtig ist, dass eine therapeutische Beziehung entsteht, bevor man überhaupt in diesen sehr sensiblen Zuständen kommt. Wenn es dann soweit ist, dann kommen die Patienten in den Raum, legen sich hin und es ist immer ein Psychotherapeut dabei. Und wir messen auch EKG und Pulsoxymmetrie, das heißt Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung im Blut, um die Sicherheitsstandards zu halten. Wir haben Augenbinde, wir haben Kopfhörer, weil die Reise nach innen geht. Und wir wollen versuchen dann durch die Musik eine Emotion von Emotionen. Aber dieses Musikthema war doch auch in dem Tomatolix-Ding, da hat er dann so einen Drip bekommen. War das auch Ketamin, eine Ketamin-Therapie? Da gab es doch auch irgendwie so eine Guided-Erfahrung mit Musik und dann hat er ihn während der Sitzung ausgefragt. Also ist es im Prinzip das? Provozieren, damit diese Auseinandersetzung mit dem Selbst dann stattfinden kann. Während der gesamten Sitzung, während wir die Substanz verabreichen, ist immer jemand dabei, der Unterstützung anbietet. Und nach der Sitzung kommt man in den sogenannten Integrationsraum. Das ist ein sehr schöner, warmer Raum, in dem wir die Patienten dann bitten für den nächsten Prozess der Integration. Integration ist zumindest genauso wichtig, wie die Substanzerfahrung an sich da ist, wo alles dann zusammenkommt und daraus Sinn gemacht wird. Manchmal sind die Patienten noch nicht in der Lage, so wirklich die Erfahrungen in Wörter zu fassen. Dementsprechend haben wir da auch verschiedene Buntstifte und Malinstrumente und so weiter, damit sie sich auch außerhalb dieser kognitive Ebene ausdrücken können. Manchmal entstehen da wunderschöne Darstellungen von deren Erfahrungen, die auch durchaus die Patienten bis zum Ende der Therapie und darüber hinaus dann mit sich tragen. Nocturnal Morning Records möchte wissen, hast du mit Ketamin auch schon Selbsterfahrungen gemacht? Ja, bestimmt, klar. Ja, wir denken, dass es sehr wichtig ist für Ärzte und Therapeuten, die mit Ketamin in diese Art psychedelisch erzeugende Weise arbeiten, dann Selbsterfahrungen zu sammeln. Im Rahmen der verhaltenstherapeutischen Ausbildung gibt es besondere Blöcke, wo man gemeinsam mit der Gruppe für ein verlängertes Wochenende zu einem Ausbildungsinstitut fährt, wo man mit einem Dozent oder Dozentin dann begleitet wird. Man wechselt den Stuhl von Therapeuten. Es geht nicht um Theorie, sondern es geht tatsächlich um das Erleben. In diesen Selbsterfahrungswochenenden kam es schon dazu, dass ich auf Sachen zurückgeblickt habe, die ich lange nicht mehr gesehen hatte. Emotionen sind wieder hochgekommen, biografische Ereignisse. Also Hyperboy macht es immer sehr gut. Wir sind gleich auf Halbzeit so bei dem Video. Ich hoffe, die reden auch noch über Risiken, weil das kann ja jetzt nicht nur alles geil sein und dann so ein geiler Selbstfindungsweg. Da wird ja sicherlich auch in einem sehr kontrollierten Setting auch von Fachmenschen trotzdem Restrisiko bleiben, oder? Die ich vielleicht mal so ein bisschen zur Seite gelegt hatte, nicht hingucken wollte. Ich habe dadurch dann wieder ein bisschen mehr Kontakt zu mir selbst gefunden. Das hat mir auch wieder gezeigt, wieso ich das tue, was ich tue. Ich habe mich sogar neulich gefragt, wie es wäre, wenn Hausärzte und Psychiater eine Selbsterfahrung mit klassischen Antidepressiva machen würden. Ob sie dann die so häufig verschreiben würden? Ach, das ist ein komisches Argument. Ich weiß, wo er hin will mit dem Argument und wo die Reise hingeht. Aber keine Ahnung, warum sollst du dann Erfahrungen mit Antidepressiva machen, um zu merken, wie scheiße die sind, wenn du keine Depressionen hast, nur damit es dir dann körperlich schlechter geht. Also das solltest du doch als Arzt oder als Ärztin vorher schon mal abgecheckt haben, auch als Hausarzt oder nicht. Und ey, weiß Gott, habe ich schon auch Zustände in den letzten Jahren erlebt, auch auf einem begleitenden Weg, den ich mit Clari da gehe. Die hat ja auch, und wir haben schon einen ganzen Podcast über ihre Depressionen gemacht, habe ich mit ihr zum Mangel gemacht oder psychische Erkrankungen auch. Und bei Gott habe ich da schon schlimme Sachen erlebt. Also auch von dann Freunden und so, von Ärzten, ganz normalen Hausärzten, die dann viel zu kranke Dosierungen verschreiben, wenn es um Antidepressiva geht. Clara hatte auch mal eine Freundin, die hat auch von ihrem Arzt neue Antidepressiva in einer anderen Dosierung verschrieben gekriegt und war zufällig nochmal bei einem Check-up, bei einem Psychiater. Ich glaube, Psychiater machen dann normalerweise Medikamente, nicht der Hausarzt. Das ist korrekt, falsch und also gerne verbessert mich da. Und dann hat er halt so ein normales Blutbild genommen und die war halt so hoch dosiert, dass die innerhalb der nächsten paar Wochen die Nieren versagt hätten, weil die Dosierung so absurd crazy war und absolut gar nicht in Relation zu dem, was sie vorher hatte. Und wie gesagt, da gibt es absolut crazy Storys und auch leider echt nicht zu wenige. Aber keine Ahnung, wie gesagt, hinkender Vergleich. Antidepressiva wirken halt erst bei einer Depression, ansonsten hast du halt nur Nebenwirkungen. Das geht halt auch bei vielen anderen Medikamenten, das hat jetzt nicht per se immer nur was mit Depressionen zu tun. Das wollte ich kurz sagen. Deswegen sehr hinkender Vergleich meiner Meinung nach. Versteht mich nicht falsch, Antidepressiva wirken. Es ist nur so, dass sie nicht immer wirken und die Nebenwirkungen sind auch nicht unbedeutsam. Kater Sessels hat sich gefragt, welche Nebenwirkungen sind bei der Therapie möglich? So was jetzt. Ketamin sorgt dafür, dass während der Applikation der Puls und der Blutdruck ein bisschen in die Höhe gehen. Ist sehr relevant für PatientInnen, die bereits Herzprobleme haben oder einen erhöhten Blutdruck, der nicht kontrolliert ist. Außerdem dadurch, dass Ketamin so eine Trennung zwischen Körper und Geist hervorruft, dieses dissoziative Effekt beim Zurückkommen, ist es manchmal schwierig, dann wieder geradeaus zu laufen, geradeaus zu gucken. Manche Patienten erleben dadurch auch ein bisschen Übelkeit. Andere, sehr wenige Patienten, übergeben sich. Aber das ist schon einmal passiert bei uns. Ketamin ist ein Anästhetikum, der im Unterschied zu anderen keine Atemdepression und die Schutzreflexe behält. Das heißt, man braucht keinen Anästhesist, der dabei ist, bzw. eine Intubation, wenn man Schmerzen oder Anästhesie machen möchte. Franziska Richter hat sich gefragt, darf jeder Patient so eine Therapie antreten? Nun ja, das ist so, dass diese Therapie keine Leitlinientherapie ist, sondern das ist eine Alternativtherapie. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die meisten Patienten, die bei uns ankommen, schon sämtliche Therapieversuchungen gemacht haben, bevor sie überhaupt auf uns zustoßen. Manche Patienten, die noch keine Therapie bei uns gehabt haben, werden dann durch zwei Fachärzte dann erstmal untersucht, um die Indikation zu stellen. Patienten, die noch nie eine Psychotherapie oder Psychopharmaka zu sich genommen haben, würden wir erstmal oder in den meisten Fällen empfehlen, eine Regeltherapie zu machen, bevor sie sich dann in den Alternativtherapien begeben. Hella Popp hat sich gefragt, für wen? Interesting, wenn das wirklich genau so stattfindet. Also, wir verdienen damit halt auch Geld, dass sie höchstwahrscheinlich die Ketamintherapie anbieten. Wenn das aber wirklich so im Regelfall stattfindet und das erst eine Alternativlösung ist, wenn der Regelfall, wie er jetzt momentan zumindest ist, nicht funktioniert, dann okay, okay, okay. Welche psychischen Erkrankungen kann die psychedelische Therapie angewendet werden? Zurzeit haben wir gute Studien zu der Behandlung von Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Ängste, Zwänge und es kommt immer mehr und mehr dazu. Es ist nicht unbedingt zentriert auf Ketamin, weil wir, wie gesagt, wir behandeln mit psychedelischen Erfahrungen letztendlich. Das ist nicht die Substanz, die dafür verantwortlich ist, eine Verbesserung herbeizuführen, sondern die Auseinandersetzung mit dem, was in dieser Erfahrung passiert. Psychedelisch, es kommt aus dem Griechischen, das ist Psyche und Delos. Psyche, der Geist und Delos Offenbarung oder sich offenbaren und das ist, was diese Substanzen machen. Ketamin, Psilocybin, LSD. Max Supertramp fragt, hatte ein Patient schon mal einen Bedtrip? Zuerst würde ich vorschlagen, dass wir an der Terminologie ein bisschen merken. Und zwar, wir nennen solchen Erfahrungen anspruchsvolle Erfahrungen. Ja, wir reden hier nicht. Ja, ja, okay. Aber es ist schon klar, was er gemeint hat. Also, wir sind ja jetzt gerade nicht in einer Therapiesitzung. So, ist schon klar, was er gemeint hat. Kann man, glaube ich, auch kürzer beantworten. Aber ich verstehe, warum er ausholt. I get it so. Nicht über Trippen oder Acid oder Shrooms, sondern das ist eine psychologische Therapie, psychologisch augmentierte Therapie. Es ist eine Erfahrung. Es kann auch anspruchsvoll sein. Das ist auch manchmal so, dass diese anspruchsvollen Erfahrungen die wertvollsten sind von allen. Patienten kommen nach sechs Monaten und sagen, wow, aber diese Erfahrung, die hat mir so viel gezeigt, so viel gebracht. Wichtig ist zu wissen, wie man mit diesen Zuständen umgeht. Ja, deswegen trainieren wir unseren Psychotherapeuten, dass sie wissen, was zu tun ist und wie sie diesen Erfahrungen Raum schenken können, damit die Patienten dann dadurch können. Anspruchsvolle Erfahrungen, die außerhalb von Therapie stattfinden, sind dementsprechend auch so schwierig zu verarbeiten, weil das ist meistens nicht der richtige Umfeld, um ein schwieriges Thema dann wieder zu erleben oder Erinnerungen, die hochkommen. Dementsprechend gibt es auch integrationsfokussierte Psychotherapie für Menschen, die außerhalb von der Therapie diese Erfahrungen gemacht haben und ohne, dass sie damit gerechnet haben, in solchen schwierigen Zuständen geraten sind, nicht gut geführt sind. Und dann, selbst wenn die Erfahrung zu Ende ist, sie immer noch nach Klärung suchen, nach einem Zusammenhang, was ist passiert, wieso und ja, genau, auch da können wir unterstützen. Also nur, um das kurz mal zu übersetzen, weil da ist jetzt viel passiert und gleichzeitig sehr wenig. Die Frage war, hatten Leute schon mal einen Bad Trip? Da hat er gesagt, es sind anspruchsvolle Erfahrungen, die man hat, keine schlechten Trips. Aber das sind schon auch anspruchsvolle Erfahrungen, also es gibt schon schlechte Trips, die dann extern geführt wurden von Leuten, die vielleicht einfach in der Abhängigkeit waren oder überdosiert haben bei Ketamin oder einfach Normalketamin in irgendeiner Form dann genommen haben und dadurch dann einen schlechten Trip hatten, vielleicht sogar eine leichte Psychose und nicht damit klarkommen oder sagen, aus dieser Situation bin ich gewachsen und die Leute können dann auch da hinkommen und mit denen darüber reden, was da passiert ist. Aber kurze Antwort wäre gewesen so, jo, hilft manchen Leuten aber auch sowas zu durchleiden, weil eine schlimme Erinnerung ausgegraben wird, mit der die sich auseinandersetzen und trotzdem, und manchmal ist genau das erstes Wertvolle, selbst wenn es im ersten Moment nicht so aussieht. Das wäre eine kürzere Antwort gewesen. Aber okay, get it. Er sagt wenigstens nicht nein, es gibt's nicht. Also muss man auch keinen Hehl draus machen. Aber alles ein bisschen abgeflachter, damit vielleicht auch Leute, die sowas hatten und noch niemanden haben, auf die zukommen und natürlich sagen, hey, hier kann mir auch geholfen werden. I get it, so, alles gut, alles gut. Ich finde es mega interessant übrigens, ich will hier niemanden zerreißen, ich finde es übelst interessant und ich finde es auch cool, muss ich sagen, dass es in irgendeiner Form Alternativen gibt und Leute forschen, so, in auch die Richtung psychische Erkrankung. Das ist absolut gar nichts Negatives, ich probiere nur, ich bin so Küchentisch-Psychologie-kritisch gerade, aber ich finde es überhaupt nicht scheiße, muss ich gerade mal sagen. Also ich finde es tatsächlich ganz spannend. Einon hat sich gefragt, wie sah denn bisher größter Therapieerfolg aus? Bin ich gespannt, das war schon so ein schweres Ausatmen, was jetzt kam von der Werbung, jetzt bin ich wirklich gespannt, was da jetzt kommt. Ja, der größte Therapieerfolg, den wir bisher oder meiner Meinung nach in der Praxis hatten, war eine 80-jährige Patientin, Selbstärztin, die seit ihrer Jugend unter Depressionen gelitten hat und nichts hat geholfen, sie zu sehen, wie sie nach einer Sitzung aufwacht und uns mitteilt, dass sie seit 60 Jahren noch nie so sicher geliebt und geborgen gefühlt hat, war schon sehr, sehr stark. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Island of Summer Love interessiert. Wer übernimmt die Kosten für diese Therapie? Ich muss kurz dazusagen, ich nehme keine Drogen. Punkt. Wichtigster Satz Nummer 1. Trotzdem, aufgrund meines auch beschränkten Fachwissens, finde ich ein schwieriges Statement rauszuhauen. Dennoch finde ich, in einer kontrollierten Umgebung weitere Forschungen mit psychodelischen Drogen zu machen, extrem spannend, weil ich auch daran glaube, dass das, was da bei uns zwischen die Öhrchen gespannt ist, extrem spannende Kapazitäten hat, alleine wenn man schon mal an das Konzept Träumen oder geguidetes Träumen denkt, was da alles auf einmal möglich wird. Ich glaube auch, dass, also gar nicht so hippiemäßig, dass man jetzt spirituell in andere Welten abtaucht. Do your thing, habe ich gar kein Thema mit, finde ich cool, wenn man sich da so drauf einlassen kann. Ich glaube aber auch, dass solche Therapieformen übertrieben spannend sind und einfach extrem cooles Potenzial, um verschiedene Konflikte mit sich selber zu lösen, muss nicht immer ein Krankheitsbild sein, aber verschiedene Sachen vielleicht auch selber zu entdecken oder weiterzukommen, beinhalten können, aber nicht immer unbedingt müssen. Deswegen finde ich solche Forschungen und solche Sachen interessant und auch solche Erfolge. Also wie gesagt, es ist auch eine Werbung für seine Klinik da, also ich verstehe das auch, aber trotzdem total interessant und super, super spannend, weil ich glaube, die Grundlinie darunter ist so, so unerforscht und so wankelig und so gesellschaftlich verschrien, was das ganze Thema per se eigentlich gar nicht mehr so nötig hätte. Aber es wird ja auch langsam ein wenig entspannter. Also wie gesagt, ich nehme keine Drogen, ich habe auch keinen Bock mehr, jetzt Ketamin reinzuflaumen, um mich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Ich bin super im Verdrängen, ich mache das dann auch mit 80 und dann will ich mich einmal kurz geliebt fühlen und dann geborgen und dann ist alles okay. So lange habe ich Klara und Cookie und die schenken mir genügend Geborgenheit und Liebe und dann passt alles. Ketaminaugmentierte Psychotherapie ist eine innovative Therapie, es ist eine Alternativtherapie. Wir sind nicht in den Leitlinien und innovativ zu sein, heißt auf der einen Seite natürlich Hoffnung zu den schenken, die sämtliche Antidepressiva ausprobiert haben und auf der anderen Seite ist innovativ nicht unbedingt das, was die gesetzlichen Kassen sofort bezahlen. Eine Alternativtherapie muss sehr gut begründet sein, damit die gesetzlichen Krankenkassen das übernehmen. Zurzeit sehen wir, dass die private Kassen dann offener dafür sind, Teile oder sogar die ganze Therapie zu übernehmen und ansonsten haben wir Selbstzahler als Patienten. Silver Soul interessiert. Wie schätzt du die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Art der Therapie ein? In den letzten fünf Jahren, glaube ich, hat sich sehr viel im Positiven verändert gegenüber dieser Art der Therapie. Am Anfang ist man natürlich kritisch und vielleicht ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, ja, das sind doch Psychedelika. In der Schweiz haben wir einen besonderen Zustand, wo diese Art der Therapie schon zugelassen ist. in besonderen Fällen, da dürfen Psychiater dann einen Antrag stellen und mit Psilospien oder LSD arbeiten. Und weltweit kann man auch einen Wandel dieses Denkens sehen. Auf der anderen Seite, diese Öffnung der Gesellschaft gegenüber dieser psychologischen Erfahrungen führt auch dazu bei, dass der rekreative Gebrauch, die Retreats, die angeboten werden, ein bisschen steigt. Und ich würde da sehr vorsichtig sein. Diese Retreats sind nicht immer medizinisch begleitet oder haben die Kompetenzen, die man braucht, um psychologische Erfahrungen, schwierige psychologische Erfahrungen dann zu begleiten. Wichtig ist zu sagen, dass wir einen differenzierten Diskurs brauchen. Diese Substanzen sollen weder glorifiziert noch stigmatisiert werden. Es soll eine Balance gefunden werden. Letztendlich ist psychologische Therapie immer noch Psychotherapie. Es ist nicht, wie manche Schlagzeilen dann suggestieren, dass man nur einmal Pilze nehmen muss und dann ist man geheilt. So ist es leider nicht. Ein konkretes Beispiel dafür, wie in Deutschland die Akzeptanz für diese Art der Therapie und Behandlung wächst, ist, dass die Studie, in der Professor Gerd Gründer und Andrea Junggabele beteiligt sind, die Episodes-Studie, auch komplett vom Bund finanziert ist. Das haben wir in sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr gesehen. Das ist eine sehr große Studie, der vielversprechende Ergebnisse zeigt. Und das ist schon sehr groß. Interessant. Ich belasse es dabei.